Alter, noch mehr Dörd. Dördödödöd. Dörööööööööörd. Dördödöddörödödödöd compiled. Döråtdyööööphe. Zwischenstoppicht wieder machen let's happen to play the Zoom in two zoom bulimisch werden können Dein ernst. Denk war's tegen qu�� sterbe. Ste Back wie genau! Okay. hat er genießt genieß das scheiße was scheiße muss mindestens ein block dazwischen frei haben dass das auch wächst wo ein block zwischen frei ist zwischen den crop der decke ok sonst wächst das nicht das ist echt kacke und züchte die beine hoch warte mal ich brauche nur den dritten zieht dann spawnt hier nämlich trotzdem scheiße ich brauche den der muss gezüchtet werden und der muss gezüchtet werden da kommt mit freunde aber ich finde das gerade so ein bisschen ganz chillig hier so die züchten voll das mit erwarten auf 10 heute unbedingt aber die ganzen herzen auf 10 schon kommen wir so zwischendurch nebenbei machen kann jetzt den turm noch gleich noch die fläche schon machen was denn okay voll die nice kacke zeit ich weiß ja noch mehr keine seeds mehr keine seeds mehr ok was viele vor 6 4 seeds brauche ne warte ich brauche 2 und so euch drei kombiniere ich und euch drei kann man in die zielstower job pizze reinstecken glaube ich schon normalerweise ja dass die ziel zu ergehen das weiß ich der normale pizze nicht aber die pilz sporen eher ja das weiß ich ja aber normale pizze nicht wow statt 1 deck und 20 wettstorn gab es 1 deck und 21 wettstorn yeah krass bei einem gab es 5 du bist bescheuert ich würde jetzt sagen noch bis 6 ist damit einverstanden hallo ja genau deswegen ja ich hab hunger du weißt schon was ich will hallo ich hab ich hab drei schnitze gefressen wo wir gerade nichts gemacht haben ja toll ich hatte nur eine schüssel kartoffelsalat und zwei brötchen dacke vor allem nur der hohen kobold ey okay das hat sich dann mit der netherwarzenfarmer hat erledigt weil ein creep explodiert ist keine schadenfreude warum pack ich eigentlich kein grinder da rein um die mopsgleich zu kennen warum komm ich da jetzt erst drauf eigentlich ist das keine schlechte idee ich weiß die ist auch von mir du bist einfach nur behindert das reicht blöde kacke hier ich hab gar nicht so viel explodiert du bist kacke ich dachte da wär jetzt mehr explodiert holzer wird auch noch hier ja quiner ist gar nicht mal die dümmste mal gleich zack geht mal weg da haben wir echt schon wieder viel viel aufgenommen kassel kassel-dassel-rassel genau das würde ich auch immer sagen hier hast du gespawnt nö ok von mir aus kannst du so bleiben nix drin spawnen ja nicht da soll was drin spawnen nein warum nicht dallum 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 aber ich find das lustig wenn da was drin spawnen nein du doch auch mich nicht doch ich bin nicht kacke 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 ist braun und stinkend ist eher so so bunt und explodiert so wie du halt ne ich hörte ich sah einen küper ich sah den zweiten küper den dritten um ecke den sah ich nicht aber der kam auch erst raus und zischte nicht dachte du was mit dir denn willst du erstmal aufs freiheit raus oder so oder die wohnung stinkt weil die alle rumgepupst haben war ja beengt mit paar zombies und ein paar spinnen da drin und ein skelett das skelett da stinkt eher weniger aber die spinnen und die zombies besonders die zombies puh ich bin bestimmte alten schlüpfern alte zombie schlüpfer voll geil aber dass die zeit geht heute nicht um ne guckst du auf den wecker sechse geht das war früh ja wenn man so relativ früh wach ist ne dann dann will die zeit auch nicht umgehen mhm das stimmt wir gehen so ich brauch immer noch dirt geht nie mehr was hat man da jetzt für nolz zwischen dort habe ich auf jeden fall nicht mehr das regler ich 20 stets mitnehmen am besten aber die hier wird 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 die so du wächst da wächst da hast du gar nix da gesagt fix door clap ouch so instant einfach runterfallen so tschüss obwohl hier geht's und hier geht's nicht was willst du hier das war mehr von mir drin oder keine kohle mehr drin ist bunt das nicht weil ich brauche das weil ich auch ganz viel dann machen wir kohle rein den eigenen maschine holt sie so viel weiß ja nicht was du willst ich gar nicht wieder weg wo hat es eigentlich das dinge das panel das ist meins als dass das panel von hier von der oben das habe ich auch ich habe mich gerade im filter ein panel eigentlich reicht das ja wenn man jetzt also pilze und netherwarzen auf zehn hat dann einfach harvester und dann ist das ja egal wie dunkel das ist normalerweise schon ich weiß das ist aber nicht nicht mein nein nicht mein dann ist das egal wenn es darin dunkel ist das kann ja ruhig spawnen das ja ja klar dann ist das ja relativ dass da halt nur nie reingehen nö kannst auch ein gewiner einsetzen oder soja aber bei mir ist immer noch nichts drin gespawnt ne ok wenn wir spawnen da doch nichts mehr drin jetzt vielleicht bei mir spawns auf jeden fall noch fleißig drin ich habe gerade reingeguckt vielleicht habe ich ja glück hast du gerade reingeluscht hat er wollte ich erde 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 färde färde erde färde 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 huuula 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 pfärde färde jetzt nicht aber ja das färde dann nehme ich schon mal ein paar stecksholz mit ja jetzt wenn ich jetzt nur wollte und zwar ein plug Popo Plug Oh, edelicher Ferkel, du Anar-Stöpsel Anar-Stöpsel Popo-Stöpsel Popo-Stöpsel Ich finde die Teile echt gut zum Trennen Wenn du Pipes da stehen hast Die Stöpsels Dann ist das einfach nur ein Teils, ohne dass das irgendwo hängen bleibt Hängen bleibt, hängen bleibt Ja, du bleibst immer hängen, das stimmt Oh, aufzeigt auch noch So, die sind auf 666, die Pilze Brauchen die Pilze auch minimiertes Level Oder brauchen die Pilze einfach normales Level Auch minimiertes Voll ihr Ficker ey Was bilden die sich ein, dass sie auch minimiertes Level brauchen Minimiert, minimiert 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 Ah, jetzt ist da drin was gespawnt Weil es draußen dunkler geworden ist Nein, Quatsch Natürlich, zwei Creeper Warum auch nicht? Draußen ist dunkler geworden Ich kann die von draußen abschießen Da hast du ja einen Bogen mit Ja Und Sichtfenster drin Sichtfenster Und schönen Sichtfenster drin Ich warne dich darauf hin, 3 Minuten noch Ja Ja Warze 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 Ich kann Baumweh dabei Scheiße, Scheiße, Scheiße Ach so, noch genug oder nicht? Hm? Baumweh Ich bin jetzt noch ein Elementar Oh Ja Oh Oh Das ist aber schade Schade, schade, schade Glaube ich sie doch nicht Doch, sicher Kannst du mir doch Kannst du mir definitiv glauben Nö So Dann haben wir das Komm Normal ist auf Ernten wieder So Zwei rein Ich kann noch eine rein, Mann Hab ich alles? Ne, natürlich nicht Weg mit den Gantor, weg mit der Erde Oh Oh Ich mach immer so viel Scheiße in dem Mittag Oh Alles deine Schuld Ne Geht's jetzt zack, zack Keiner mit Hop, hop Okay Okay Da Kein Platz mehr Aber Fuck Oh Das Creeper, die da nimmer spawnen Die haben so ein explosives Gefühl, ne Ja Sag mal, die sind angespannt So wie du? Ne Letzte Minute Da bricht an Ne Und dann der Frau Rückwärts, 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 rückwärts Rückwärts, 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 rückwärts Da war 6 Ja, gleich Ja, gerade auch geschaltet Ja, paar Minuten ist nicht schlimm Kann das von der Leine erstmal drin wachsen Nix drin Drin So 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 wenn du fliedern musst Yeah So So Näsermatze Näsermatze Felt's 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 Ausmachen Keine Erde also ich wäre soweit ich auch okay gut leute dann werden wir sagen dann war es dass man mit dieser aufnahme session mit einer langen wieder ja lang wieder ich hab gar nicht wirklich viel geschafft das schaffst du auch erst mal nicht wenn du wieder sohn was machst das problem ist halt die mana produktion ja es muss halt erstmal richtig laufen ich brauche genug mana und ich hätte problem mit redstone zu machen äh terrestier ingots dass ich mir nicht das alfheim teil machen kann dass ich dann da weiter kommen und dann geht das auch die ganzen pflanzen sind erlaubt sehen jetzt werden noch gezüchtet nether wart es werden gezüchtet was ich alles brauche und damit würde ich sagen oder wenn wir sein bis zum nächsten mal bei tsch medium touch